Bist du hier hochkommen, Wad? Wir könnten uns... Guck mal, wir haben es uns voll schwer gemacht. Komm noch mal runter. Warte. Oh doch nicht, oh doch nicht. Es ist doch nicht so leicht. Bleib mal da, wo du bist. Okay. Ich komme mal zurück. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ah genau, hier war das. Wo bist du? Da bist du. Hier oben auf der Spitze, genau. Dann kommst du hier rein. Ich bin hier drin, also hier in diesem Langlauf. Oh, warte, ich bin jetzt nämlich gerade hier oben. Siehst du mich? Ja, ich werde dich. Genau, hier musst du irgendwie hinkommen. Hoch, wo bist du denn da? Ich bin hier oben auf dem Dach und bin jetzt verletzt. Ach, da kann man hoch. Ja, sollen wir die Karte um an? Du kannst es gerne machen, weil es bringt EP. Ich komme auch wieder hoch über den anderen Weg, den ich gefunden habe. Also, wie gesagt, mehrere Wege führen einfach bei Guild Wars zum Ziel und das ist das Geniale. Ja, das auf jeden Fall. Das war auch schon gerade spaßig. Weil jetzt zeige ich dir, wie ich hier hochgekommen bin. La 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 la. Sobald du es siehst. Guck dir mir gerade die nette Karte hier an. Das ist schon echt schick. Schick, schick. So, ich bin nämlich durch den Weg da unten, diese Wand einfach nur hochgelaufen, nur noch. Und dann war ich hier. Achso. Jetzt gucke ich mir das auch eben kurz an. Wenn man noch was zu sehen hat hier. Die EP sind es nämlich auch wert. Ein bisschen Kniffel und das ist recht cool. Also, ich finde es ziemlich genial. So. Da bin ich auch schon wieder. 67 EP. Mal eben nur durchs Angucken von der Karte und ein bisschen knobeln. Finde ich sehr interessant. Außerdem kriegt man so, also... Oh, ich habe ein Gewehr. Oh. So, hier können wir einfach nur runterspringen. Das ist ja nicht so tödlich. So, dann wollen wir uns mal das nächste Herz suchen, ne? Wenn du M drückst, siehst du ja, wo die sind. Genau. Und ich habe, glaube ich, schon ein passendes für uns. Ja. Folgen Sie mir, bitte. Unauffällig. Ich gucke. Ja, da bist du. So. Wohl. Ja, komm, wir gehen hier fort. Wir gehen außen mal lang. Dann können wir den Leuten noch was zeigen. Also, momentan kann man sich Guild Wars für wie viel Geld bei Hitfox holen? Für 40 Euro. Für 40 Euro. Das sind also 15 Prozent. Äh, 15 Euro sind da gespart. 15 Euro haben oder nicht haben, ist jetzt die Frage. Aber ich finde es cool und machen wir doch mal ein bisschen Werbung. Ja, ich muss meine Fertigkeiten mal ein bisschen steigern mit meinem Gewehr. Ich finde mein, also mein Deutsch, den neuen, muss ich jetzt auch erstmal die drei wieder freischalten. Das ist, ähm, ja. Es kann auch, wie gesagt, wenn du, ja, äh, keine Ahnung. Aktiviert den Sturmwolken-Generator. Füllt die Energie-Vorhaltsplätze auf und entfernt die wandernenden Funken aus dem Labor. Alles klar. Dann holen wir mal. Ah, rein ins Labor. Hier ist er doch. Energiespeicher. Das ist schon gefunden? Ja. Nee, füllen. Wie füllt man die denn? Mit was? Ach, hier. Leucht. Was ist da? Elementar. Denk ich mal. Ich schieß mal bis nach aus Entfernung. Ah, okay, dann musst du es, ja, guck dir das an. In die Hand nehmen und dann da rein. Tada. Also einfach nur die Leuchtteile töten und dann. Oh, da ist er ja wieder. Mann, ich möchte auch mal, ich möchte auch mal, ja. Ich weiß aber, wo wir noch welche finden. Also hier hinten sind noch welche. Habe ich schon im Augenwinkel hier so gesehen. Ich will meine 3 wieder haben. Die sieht sehr einfach so aus. Huch, was war das denn? Das war ein Netz von mir mit meinem Gewehr. Was ich sehr schön finde, ist auch diese Effekte halt hier, ne? Dieses Licht und alles. Nee, nee, der nächste. Der ist schon voll. Da ist die nächste. Oh, sehr schön. Oh, meine 3 ist da. Yeah. Ne, reinstopfen. Der ist voll. Aber wir haben ja noch ein paar zur Auswahl. Der ist noch nicht voll. Bei mir war, also konnte ich nicht mehr auch füllen. Achso. Ich glaube, ich muss den auch noch mal füllen, aber okay. Erstmal beschiesse ich noch wen. Huch. Das ging aber schnell. Das ging sehr schnell. Mein Rücken. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch Fortschritt macht, wenn sie was reinpackt. Warten wir mal kurz. Ich glaube... Ah. Nee. Okay. Es gibt auch wirklich, soweit ich weiß, Quests, da bekommst du dann auch Fortschritt mitgeteilt. Den kann ich nicht füllen. Den kann ich nicht. Ah, den da hinten. Echt nicht? Nee. Egal, wenn man da eh zusammensitzt will. Sind ja genug Waren. Oh, jo. Bam, ist das genial. Okay. 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 Also, ich kann, muss mein, ich fühl mich selber noch mal ein paar hier töten, deswegen. Ja? Weil wenn, ja, weil du das nämlich, äh, machst, dann krieg ich einfach keine, keine, keinen weiteren Bonus, sagen wir es mal so. Ja, ja. Kriegst du da deine EP, oder was war's denn auch? So, bei mir ist sie fertig. Hier ist noch einer, falls du einen suchst. Ja, ich war's. Ich muss schnell mich beeilen. Ich hab natürlich nicht genug Energie und ich hab wieder Post. Alles nehmen. Sehr interessant. Und einen muss ja noch füllen, dann machen wir aber den gleich hier hinten. Hier ist noch was, hier, nehmen wir lieber das hier noch. Hab ich schon. Vollstand erfüllt. Okay. Jo, also meine drei, ganz schön ordentlich. Gut. Jo, du hast schon Level 3? Ne, passt noch Level 2. Aber mein, äh, mein Skill 3. Achso, ja. Wo haben wir das nächste Herd? Oh, das ist schon ganz nah. Folge mir. Gerne doch. Halt, da unten ist ne Wegmarke, die nehmen wir doch glatt nicht. Wegmarke wo? Hier unten. Ah, okay. Die bringt 124 P. Oh. Haben oder nicht. Wegschill. Ja. Und wenn wir sie einmal entdeckt haben, können wir uns ja immer wieder handpornen. Das ist auch sehr praktisch natürlich, ne? Oh, wir können sie dann spezacken. Genau. Machen wir erstmal das Herz. Was sollen wir tun? Bringt Blobs sanftigen Tang. Besiegt die Inqu... Inqu... Qu... Egal, wir sollen auch was aus dem Wasser holen. Ah, die Dinger. Huch, ne. Welt gegen Welt wollte ich jetzt nicht. Sollen wir die töten? Ne, ne? Ah, da ist Tang. Keine Ahnung. Doch, hier ist was. Gift einfach... Oh, das kann ein bisschen dauern jetzt. Hier unten so ne... So ne Teile. Du kriegst übrigens auch so ne Atemmaske automatisch. Okay. Du musst jetzt einfach nur diese Teile da ansprechen. Ja, ich... Ich kämpfe hier oben gerade noch zu gegen Inquisitor mit Level 4, deswegen. Oh, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Alles gut. Oh. Sehr schön auf die Auftaucheffekte, muss man ja auch wieder dazu sagen. Was soll man jetzt holen? Einfach nur die Dinger... Was greift mich denn da an? Ein Inquisitor. Vorsicht. Unter Wasser kann man... Hat man natürlich auch andere Waffen, ne? Man muss auch wieder alles sozusagen frei spielen. Oh, verdammt. Hatte gerade schon geholfen. So. Und jetzt musst du eigentlich nur noch diese Teile hier. Diese netten. Die netten Teile einfach nur ausschalten oder was? Genau. Ups, da bin ich schon wieder angerufen. Wo bist du? Wo bist du dir? Daueranfall. Oh, oh. Ich helfe dir schon. Alles gut. Aber ich war dir auch gerade angegriffen, deswegen. Oh, und da bin ich tot. Das Schöne ist, du kannst dich wiederbeleben, indem du einfach wartest, bis der Kerl wieder stirbt. Und dann wirst du automatisch wiederbelebt. Ja, hinter mir ist nämlich direkt noch einer. Deal dich mit 6. Wenn möglich. Ich steuere rapide auf die Niederlage. Oh, oh, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ah, haha. Oh, schmur aus hier. Oh, verdammt. Egal, den kriege ich noch. Und da muss ich wieder... Da habe ich auch schon neue Fähigkeiten ausbeigeschaltet. Oh, das ist ja schön. Schwimmen zur Oberfläche. Aha. Musst du zur Oberfläche schwimmen oder kann ich einfach so bleiben? Ja, ich lenke den gerade ab. Ach so. Das da. Du darfst jetzt aber gerne wieder drücken. Der ist gerade erst aktiv geworden. Ja, deswegen. So. Da greifen wir. Von wo? Von wo? Von? Keiner. Oben. Oh. Oh. Oh my god. Die neue Attacke ist sehr schön. Du hast sehr viel Damage. Meinst du eine Miene? Die auch. So, warte. Wo ist der nächste... Dieser nächste... Ah, ich sehe einen. Oh, schick, schick. Da haben wir doch welche. Was ich auch sehr schön finde, ist, du kannst auch gegnerischen Angriffen ausweichen. Wenn zum Beispiel ein Gegenstand im Weg ist und der auf dich schießt, dann prallt der da sozusagen ab. Also es bleibt schon sehr realistisch nach dem Motto. Oh, das ist cool. Nein. Das ist genial. Ich baue. Sehr schön. Haben wir da hier oben noch einen. Direkt hier. Schnell weiter. Na komm, dengen bringen wir uns. E.P. ist E.P. Na gut. Ich muss sozusagen, ich spiele zwar nicht für ihn vernünftiger Ingenieur, aber es läuft alles. Gut, dann haben wir hier oben noch einen. Halt, ich heal dich erstmal ein bisschen. Sonst bringt das gleich nichts. Oh, wollen wir einen angerufen? Da, schwimmen schon hinter den Berg, dann kann er nicht hinter. Oh, der ist gut. Okay, der kann doch treffen. Also er hat, äh, er schießt ziemlich gut im Bogen. Ha, ha. Muss man ihn lassen. Ja, ne, hast du schon Respekt. Aber wie gesagt, wenn ich mich jetzt hinter diesem Teil versteckt hätte, da hätte er nicht durchschießen können. Anders, ohne jetzt WoW schlecht zu machen, aber bei WoW geht das halt nicht. Oh, ich hab schon wieder eine neue Pistole, ein neues Gewehr gekriegt. Ah, ne, ich spreche. Okay, das sind die drei. Oh. Siehst du, jetzt bin ich ausgewickelt, also es geht auch. Ja, was haben wir hier noch irgendwo welche? Also noch ein paar Tower. Wo sind die Reste hin? Ah, da auch noch. Ah, da bist du. Ja. Ja. Gut, dann haben wir hier hinten noch welche, Max? Hier? Ich bin auf dem Weg. Da war ich schon. Ja, ich noch nicht, deswegen. Wie viele brauchst du noch? Da unten ist nur einer. Wow. Von wo? Da hinten. Wo ist noch? Oh. Und von noch irgendwo, noch... Ah, da ist noch einer. Hab ich den gerade weggeschutzt? Ne, ich war das. So, ich muss jetzt nochmal hier hinten hin. Und zwar den hier oben. Oh. Den hab ich wohl gefistet. Oh. Ich verfolge der Anzahl komischen Viecher. Gut. Achtung, jetzt kommt noch einer. Irgendwo, da ist er schon. Das geht aber schnell jetzt inzwischen. Einer fehlt mir noch. Also langsam haben wir den Bogen hier raus unter Wasser. Ja, einer fehlt mir noch. Mir fehlt auch noch einer. Wo bist du? Da unten. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Kannst da unten. Da war ich auch schon. Ja, ich sehe ihn. Da war ich Clyde tot. Da war ich auch schon. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da war ich auch schon. Aber gewesen. Yang vertelte.